Nie wieder darauf gründet unser gemeinsames Europa, uns, die wir heute hier gemeinsam gedenken, uns verbinden, der Glaube an unsere gemeinsame Zukunft und unsere gemeinsamen Werte, die Gültigkeit des Völkerrechts, das friedliche Zusammenleben aller Menschen in Freiheit und Demokratie. Wladimir Putin hat mit seinem völkerrechtswidrigen Angriff auf ein friedliches demokratisches Nachbarland diese Werte verhöhnt und die Grundlagen unserer europäischen Sicherheitsordnung zerstört.